Mein kleiner Bruder hat letzter Zeit seine Rolle sehr übertrieben. Wegen ihn habe ich vier Schläge bekommen. Ich bin die Spiele-Spieler. Nein, ich bin die Spiele-Spieler. Ah, jemand rennt doch nicht. Ah, ich bin die Spiele-Spieler, Alter, nicht wahr? Ah, ich hab den Spiele-Spieler gelebt, seit der Ende je. Ah, okay, ich bin die Spiele-Spieler. Er hat mir Essen gebracht. Ich dachte, okay, er ist nett geworden. Aber nein, das Essen war gefüllt mit Schafpulver. Ja. Was hast du reingemacht? Was hast du reingemacht? Was hast du reingemacht, Junge? Junge, was hast du reingemacht? Das alles reicht mir jetzt. Er wird sehen, was mit ihm passiert. Er denkt, er ist der Teufel? Ich bin der richtige Teufel. Du bist schon ganz schön frech in der letzten Zeit, aber ich mag dich. Danke, ich mag dich auch. Was denke ich mit deiner Klassenarbeit, die du geschrieben hast? Welche Note ist dabei rausgekommen? Die Arbeit ist schlecht gelaufen. Ich hab eine Fünf bekommen. Aber sag mich bitte, Baba. Ich möchte heute mit meinen Jungs raus. Niemals, als ob du eine Fünf bekommen hast. Egal, ich sag nicht. Warte, kein Kopf. Du bist so korrekt. Ein Glück, sag nicht, Baba. Danke. Warte, ich muss kurz zur Toilette. Ja, ich geh meine Hände waschen, weil ich hab meine Seite da vergessen. Ey, der ist schon richtig so, der ist richtig auf 180. Das wird jetzt perfekt passen. Jetzt komm. Er hat eine Fünf bekommen. In Klassenarbeit macht er. Hast du eine Fünf geschrieben? Baba, weißt du das? Talla hat mir gesagt. Dieser Verräter. Ja, ich hab eine Fünf geschrieben, aber bitte. Lass mich heute mit meinen Freunden raus. Was für raus? Geh schlafen, vielleicht kannst du in deinen Traum raus. In der Realität bleibst du zu Hause. Tschüss. Ey, sorry, dass du wegen mir vom Papa Hausarrest bekommen hast und mit deinen Freunden nicht rausgehen kommst, Alter. Ja, war schon gemeint von dir. Ja, komm, ich mach das jetzt gut. Wir gehen jetzt da drin essen und alles auf mich. Okay. Komm, wir gehen rein, Alter. Ich mach das. Guck mal, oben ist die Menüliste. Sag mal, was du möchtest. Siehst du nicht richtig? Warte, komm. Hast du dich entschieden? Was möchtest du jetzt haben? Ja, ich hab nicht so einen großen Bock gehabt. Ich bin nur ein Döner. Dein Ernst, Alter? Was für nur ein Döner? Guck mal, dein Bauch ist noch klein. Willst du mal auch so groß, stark werden? Ja. Oder wir nehmen einmal die ganze Menüliste. Ist hier auch meine. Setzt euch hin, ich ruf euch noch später. Tadami, das wird richtig teuer. Scheiß drauf, Alter. Alles auf mich. Oha, ja. Die stellen die ganze Menüliste. Läuft bei Ihnen, Alter. Das wird richtig teuer. Teuer hin oder her. Ich bezahle doch. Warum machst du dir so viel Kopf? Ich will dir doch nur Gutes tun. Bitteschön, Jungs. Guten Auftrag. Ab heute seid ihr meine Lieblingskunde. Nimm alles, was du willst. Hau jetzt rein. Ich schwöre, dieser Döner hier schmeckt so gut. Und das ist Fanta. Du weißt, kannst du auch trinken. Nein, danke. So schnellst du. Boah, ich bin da. Danke für das Essen Talane. Gar kein Problem. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Guck mal, ich kriege mit dem Tuch hier nicht meine Hände. So, weil ich gehe meine Hände waschen. Und unter meiner Jacke ist meine Seife drin. Deswegen nehme ich die mit. So schnell abkommen. Jetzt in der Kunden-WC privat. Ein Euro. Okay, das kann er auch noch bezahlen. Ich habe ihn einfach zerstört. Ich habe ihn einfach auf den Kopf genommen. Er denkt auch, ich werde bezahlen. Für wen hält er mich? Er kann jetzt schön betreiben. Wo bleibt er? Er ist schon seit einer Stunde da. Was macht er nur? Und, hat es dir geschmeckt? Ja. Und wer bezahlt das alles jetzt? Ja, mein Bruder bezahlt. Er ist gerade auf die Leute. Er kommt gleich. Ich war gerade eben da. Da ist keiner. Hast du Geld? Ich habe kein Geld. Da kommst du mit Teller waschen. Nein! 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 Was für mich? 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 Hallo, Baba. Ich weiß, es ist schon zu spät. Ja, bitte, gib mir keinen Hausarrest. Ich komme jetzt. Okay, tschüss. Hey, hey, hey! Hey, hey! Was für mich? Was für mich? Warum warst du frech in der Schule, Junge? Warum warst du frech? Ey, das war nicht ernst gemeint. Aber weißt du was? Ich hole jetzt meinen großen Bruder. Und doch, holen. Oh, juck mich gar nicht. Hallo, Talhabi. Ja, was ist los, du kleiner Furz? Ich werde von sieben Kanacken geschlagen. Sieben Kanacken oder sieben Zwerge? Komm schnell, ich bin unter Brücke. Ja, okay, ich komme. Okay, tschüss. Ihr werdet euch alle sehen, er wird euch alle schlagen. Warte! Alter, lau, ich bin hier. Ich bin hier geblendet. Wo bist du? Wo? Ich seh dich, wo bist du? Hier, 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 hier. Hier, hier. Ey, warte, ich hole mich da raus. Ich hole mich da raus. Komm raus, ey. Komm raus, ey. Du sitzt gar nicht meinem Bruder, was lacht, warum trage ich dich? Komm raus, komm. Komm raus, komm jetzt. Wir gehen nach Hause. Ey. Lacht, du bist auch nicht meinem Bruder. Was macht ihr damit? Ah, 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 ah. Komm, jetzt wird, lacht, du bist hier. Was ist denn wie eigentlich los hier, Mann, Alter? Ja, aber er war für frech in der Schule, er braucht Schlägel. Achso, er war frech zu euch? Ja. Zu mir war er auch frech. Siehst du, er sagt, er braucht Schlägel. Ja, Mann, das ist ja mein Schlagen. Ey, Jungs, wisst ihr was? Guck mal, er ist mein kleiner Bruder, aber er ist auch zu mir frech. Deswegen schlagt ihn, Alter! Schlagt ihn! Mann, geil! Hey, Leute, ich hoffe, dass... Hey, Leute, ich hoffe, dass... Was willst du eigentlich schon wieder? Was willst du? Jedes Mal kommst du ins NK3 mit deiner Piep-Stimme und vergiss nicht zu liken, vergiss nicht zu liken. Was willst du, Alter? Hey, Leute, ich hoffe, dass... Kannst du nicht das Mikrofon noch mal halten? Die ganze Zeit knallst du gegen meine Fresse. Das Ding ist 2 Kilo. Bitte bleib mal stabil. Halt das mal so jetzt. Hey, Leute, ich hoffe, das neue Video hat... Gefallen? Schreibt mal in die Kommentare euer schlimmster Erlebnis mit euren Brüdern oder Schwestern und falls ihr ein Einzelkind seid, dann schreibt es auch in den Kommentaren. Ey, du regst mich voll auf. Halt mal das Ding stabil, bitte. Und folgt mir auf Instagram, Leute. Hier ist es verlinkt. Und ciao, bis zum nächsten Mann. Ihr erreicht doch! Hey, wo ist jetzt schon lange? Ey, sorry, wegen der Sache von gestern, ne, dass du vom Papa Hausarrest bekommen hast wegen mir. Und mit deinen Freunden nicht mehr rausgehen kannst. Und mit deinen Freunden nicht mehr rausgehen kannst. Guck mal, willst du auch so groß und stark werden, wie ich? Ich dachte... Aber ich weiß... Boah, danke, Tanavi, ich bin satt. Ähm... Ähm... Äh... Ja? Ja? Ich geh meine Hände waschen, mein Fickst nicht damit sauber auf. Meine Jacke nehme ich mit, weil das ist meine Seite, okay? Ja! Ach so, er war frech, Zeug. Ja! Machst du mir auf, Manni? Warum bist du so groß? Ich meine, okay. Ich... Niemals. Ich... Niemals. Ich... 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 Niemals! Niemals. 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 Ich hoffe, das neue... Geh doch einfach weg auf Eintrat, Alter. Nie lässt er mich in Ruhe. Endcut, Mann. Hey, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich... Jedes Mal schaffst da rein. Ja. Ey, das ist so schwer. Halt doch einmal den Ton richtig, bitte. Hast du keine Armmuskeln oder so? Halt doch nur einmal richtig. Ganz ehrlich, kneif da gegen meine Fremd... Alter, jedes Mal provozierst du. Hey Leute, ich hoffe, das neue Video hat euch gefallen. Hey Leute, ich hoffe, das neue Video hat euch gefallen. Kannst du das Mikrofon nicht normal halten? Hast du kein Bizeps oder Trizeps? Hey Leute, ich hoffe, das war... Ich hoffe, dass du jetzt schon mal... Ich habe mich nicht kontrolliert, okay? Was willst du euch schon machen? Bleib doch langsam, bleib mal stabil. Junge, wo muss ich mich weiter rauf? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.